Fes oder FEZ ist mit rund einer Million Einwohnern die drittgrößte Stadt Marokkos. Sie ist die älteste der vier Königsstädte des Landes und galt nach der Begründung der Caravillen-Universität als geistiges Zentrum der Region. Fes ist die Hauptstadt der Region Fes-Megnes, eine der zwölf Regionen Marokkos. Lage Fes liegt 60 Kilometer östlich von Megnes in der bewässerten, fruchtbaren Tiefebene von Seins. Die Kleinstadt Mulejitris in den Ausläufern des Zerhauenmassivs im Westen ist ähnlich weit von Fes entfernt. Nach Süden führt die Nationalstraße 8, die alte Karawanenroute, am Westrand des mittleren Atlas entlang über Asru nach Marrakesch. Auf einer Nebenstraße etwas weiter östlich beginnt am Ende der Seesebene nach 30 Kilometern bei Seefru der Anstieg auf die kargen Hügel des mittleren Atlas. Von den beiden Straßen in östlicher Richtung führt eine zum 100 Kilometer entfernten Tata am Südrand des Riefgebirges. Die andere ins Zentrum des Gebirges in die Provinz Theunate. Geschichte Der Name soll auf Fes-Hacke auf Arabisch den Fund oder die Benutzung dieses Gerätes bei der Stadtgründung hindeuten. Die Stadt Medinat Fes wurde von Idrissi im Jahr 789 an der Stelle des heutigen Viertels der Andalusie gegründet. 809 gründete Idriss II. Al-Aliya am anderen Ufer des Wadi-Fes. Al-Aliya entwickelte sich rasch zu einer richtigen Stadt mit Moschee, Palast und Kisaria. Die lebenswichtigen Wasserquellen um Fest, die schon früh berühmt und besungen wurden, waren gewiss ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl des Standorts für die zukünftige Metropole. Die weitere Entwicklung der Stadt ist zwei Einwanderungswellen zu verdanken. Ab 817 bis 818 lassen sich 8000 andalusische, von den Umayaden von Cordoba aus Spanien vertriebene Familien in der Stadt nieder. Kurz danach kommen 2000 verbannte Familien aus Kairo-Oan hinzu, die sich im gegenüberliegenden Stadtteil ansiedeln. Die Neuankömmlinge bringen sowohl großes technisches und handwerkliches Können als auch Erfahrung im Städtewesen und einem auf die Stadt. Ausgerichteten leben mit und tragen wesentlich dazu bei, dass sich Fest zum kulturellen Zentrum und religiösen Herzen Marokkos entwickelt. Die 859 von der reichen Kaufmannstochter Fatima Elferia gegründete Universitätsmoschee Al-Karavillen wird zu einem der bedeutendsten Zentren der Geistlichkeit und Kultur im Islam. Ihre Ausstrahlung hat über die Schulen des islamischen Spanien Auswirkungen bis nach Europa. Auch der arabische Geschichtsschreiber Ebn Kaldoin lehrte hier die günstige Lage von Fess an der Kreuzung wichtiger Handelswege inmitten einer großzügigen natürlichen Region mit grundlegenden Rohstoffen für das Handwerk spielte wohl eine entscheidende Rolle für den raschen Aufschwung der neuen Stadt. Von besonderer Bedeutung waren die Karawanenstraßen zwischen dem Atlantik und dem zentralen und östlichen Maghreb sowie dem Mittelmeer und Schwarzafrika über die große Handelsstadt Sihil Massa im Tafialt. Die zwei Stadtteile wurden schon im Mittelalter vereinigt, wobei die Trennendemauer durchbrochen wurde. Den Status der Hauptstadt verlor Fess nach der almoravidischen Gründung von Marrakesch im 11. Jahrhundert und gewann diesen wieder nach ihrer Einnahme durch die Meriniden im Jahr 1250. 1276 wurde unter der Herrschaft der Meriniden die neue Stadt El-Midinet El-Baida gegründet und gleich mit Umfassungsmauer, Palästen und Gärten ausgestattet. Sie wurde bald unter der Bezeichnung Fess El-Yedid bekannt, im Gegensatz zu Fess El-Bali, der alten Stadt. Die jüdische Bevölkerung von Fess El-Bali wurde um 1325 zwangsweise in die Nähe der neuen Palastanlage umgesiedelt. Die Mela entstand an der Stelle eines früheren Garnisonsviertels für syrische Bogenschützen. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erlebte die Stadt ihren großen Aufschwung. Die Universität von Fess war in dieser Zeit weltberühmt. Über eine Karawanenpiste mit dem Hafen von Badis am Riefgebirge verbunden, stand Fess ununterbrochen mit dem islamischen Spanien und mit Europa in Kontakt. 1471 fiel die Stadt in die Hände der Dynastie der Watteseiten. Nach einer 1522 durch ein Erdbeben verursachten Teilzerstörung der Stadt wurden viele Bauwerke restauriert oder durch neue ersetzt. Die Sadie, ein arabischer Stammesverband, der sich in Südmarokko im Drahtal niedergelassen hatte und von da aus im 16. Jahrhundert das Land eroberte, nahmen 1554 die Stadt ein, machten aber Marrakesch zu ihrer Hauptstadt. Fess wurde von zwei in europäischer Manier errichteten Festungen überwacht. 1626 verloren die Sadie die Stadt an die Dila-Bruderschaft. Am Anfang der Allawiden-Dynastie richtete Molaismal seine neue Hauptstadt in Meknis ein. Er siedelte in Fess einen Teil der Sippe der Udaye an, die ihm bei seinem Machtkampf geholfen hatte. Nach seinem Tod revoltierten die Udaye, sie wurden aber erst 1833 durch Abbe de Leraman aus der Stadt vertrieben. Moulai Abdallah, der Nachfolger von Moulai Ismail, machte Fest zu seiner Residenz und ließ Moscheen, Madrasas, Brücken und Straßen erneuern oder neu bauen, die Straßen von Fess el-Yedid wurden gepflastert. Im 19. Jahrhundert wurden die beiden alten Stadtteile durch Neubauten wie den Palast Bujilaut verbunden. Bis zum Beginn des Protektorats im Jahr 1912 blieb Fess die Hauptstadt Marokkos. Dann wurde Rabat von einem französischen General zum Verwaltungssitz bestimmt. Trotzdem residierte der König weiterhin in Fess und er hält sich bis heute häufig im dortigen Palast auf. Auch nachdem Rabat zur offiziellen marokkanischen Hauptstadt erklärt worden ist, bleibt Fess eine wichtige königliche Residenz und ein Zentrum der Kultur, des Handwerkes und des Handels. Stadtbild Die Altstadt-Musterbeispiel der orientalischen Stadt steht seit 1981 als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Dabei soll es sich in Hinblick auf die Fläche um die weltweit größte mittelalterliche Altstadt handeln. Das tiefe Blau der Keramik gilt als Wahrzeichen von Fess neben den grünen Dächern der Sakralbauten, die das Bild der Stadt aus der Vogelperspektive prägen. Fess besteht heute aus drei Stadtteilen, die jeweils einer Epoche der Stadtgeschichte zugeordnet werden können. Die Altstadt besteht aus dem Stadtteil um die Kerevillen Moschee bzw. Universität, die nach ihrer Gründung im Jahr 859 Dekar Sekunden Zentrum des öffentlichen Lebens darstellte. Sie wird von der Stadtmauer eingeschlossen. In sadischer Zeit wurden außerdem die beiden Zitadellen errichtet, die sich auf den Hügeln über der Altstadt befinden. Die mittelalterliche Neustadt geht auf die Dynastie der Meriniden zurück, die Fess ab 1248 zur Hauptstadt ihres Reichs erklärten. Im Zentrum stehen der Königspalast und das jüdische Viertel. Die Villnovelle wurde auf Veranlassung von Marschall Lüautai und nach den Plänen des französischen Architekten Henry Post in der Protektoratszeit als neue Stadt in der Nähe der Festung Dadebibak südlich von Fess-el-Irdit gebaut. Zunächst als Residenzviertel für die Europäer entstanden, entwickelte sich die Villnovelle als moderne arabische Stadt mit neueren Villenvierteln weiter. Hier haben sich Behörden, Institutionen und Dienstleistungsbetriebe angesiedelt. Die Villnovelle stellt heute Flächen- und Einwohnermäßig den größten Teil der Stadt und die obligatorischen Flaniermeilen. In ihr befinden sich auch die größten Kinos und eine McDonalds-Filiale mit Ausblick auf die grünen Hügel zwischen Altstadt und Villnovelle. Bevölkerung Aus Volkszählungen ergibt sich folgende Bevölkerungsentwicklung für das Stadtgebiet von Fess. Die Zahlen zum Jahr 2012 ergeben sich aus einer Berechnung, die auf den Änderungsraten basiert, die aus den Volkszählungen abgeleitet sind. Religion Das religiösen Leben wird durch die zahlreichen Moscheen in der Altstadt geprägt, zuvorderst durch die Caravillan Moschee, um deren Gebäude herum die Altstadt gewachsen ist. Als zweites religiöses Zentrum präsentiert sich das Mausoleum von Idris II, der als einer der Stadt- und Staatsgründer gilt. Außerhalb der Stadtmauern befinden sich die Friedhöfe und die Merinidengräber. Um Fess herum finden sich auch zahlreiche kleinere Pilgerorte, die besonders bei schönem Wetter zum Heiligenkult oder auch für Familienausflüge aufgesucht werden. In der Villnovelle gibt es einige christliche Gemeinden, unter anderem eine römisch-katholische Kirche, die aus der französischen Kolonialzeit stammt und heute leidlich genutzt wird. Im alten jüdischen Viertel findet man zwei Synagogen, von denen zumindest in einer noch regelmäßig Gottesdienste abgehalten werden. Die Zahl der verbliebenen Juden wurde für 2006 mit 300 angegeben. Bildung Da in Marokko Schulpflicht für Jungen und Mädchen gilt, findet man überall in der Stadt staatliche Grund- und Sekundarschulen. In der Altstadt stößt man noch auf einzelne Koranschulen, von denen jedoch aufgrund des Schülerrückgangs in den vergangenen Jahrzehnten viele geschlossen wurden und heute als Museen besichtigt werden können. Die im Jahr 859 gestiftete Keravillen-Universität gilt nach der Universität TZ Zitona als eine der ältesten islamischen Universitäten und als eine der weltweit ältesten kontinuierlich genutzten Bildungseinrichtungen. Im höheren Bildungssektor gibt es neben der traditionellen Keravillen-Universität in der Villeneuvelle seit 1975 auch Einrichtungen der landesweiten Universite Zidi Mohamed Ben Abdella, die ihrem Anspruch nach eine moderne Volluniversität ist. Das Institut Francais bietet französisch Kurse und kulturelle Veranstaltungen an. Darüber hinaus existieren zahlreiche private Bildungseinrichtungen, die mit dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen werben. Verkehr Eine 16 Kilometer lange Ringstraße leitet den Verkehr um die Stadt. Zwischen den Stadtteilen und in der Villeneuvelle verkehren öffentliche Busse und rote Taxis, die regelgenutzt werden. Die größeren Städte lassen sich über das Schienennetz erreichen, an das der Bahnhof von Fess angeschlossen ist. Der Städteverkehr in die kleineren Orte läuft über weiße Taxis, in denen bis zu sieben Leute Platz nehmen können. Fess verfügt über einen internationalen Flughafen, den Flughafen Fess-Seis, der aus dem deutschsprachigen Raum von den Flughäfen Hahn und Wies angeflogen wird. In der Altstadt verkehren keine Autos. Gelegentlich fahren jüngere Marokkaner auf motorisierten Zweirädern durch die Gassen. In der Regel beschränkt sich der Verkehr jedoch auf vierbeinige Lasttiere und vollbeladene Ziehwagen. Diese sollten bei einem Aufenthalt in der Altstadt unbedingt beachtet werden, soll eine Kollision vermieden werden. Tourismus In den letzten Jahrzehnten hat der Tourismus zugenommen und ist zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Auch heute noch gibt es in Fess einen lebendigen Zug, der in verschiedene Bereiche eingeteilt ist. A. Holz, Keramik, Metall, Ledersug Wegen der enormen Enge gibt es keine Autos in der Innenstadt. Einige Gassen und Passagen sind nur 50 cm breit. Sehenswürdigkeiten Bordje Soudé Partnerstätte Fess verfügt über Partnerschaften zu den folgenden Städten Söhne und Töchter der Stadt Fatima Al-Firi, Stifterin der Caravillian Universität Dona Spinnlabrat, jüdischer Kommentator, Dichter und Grammatiker Yehuda Cheyutsch, hebräischer Grammatiker und Arzt Ahmad Al-Badawi, Gründer der Tariqa Ahmadiyya Abu Inan Fares, Sultan der Meriniden in Marokko Isaac Uzil, spanischstämmiger Rabbiner und Dichter Aaron Ben Abraham Ben Samuel I. Ben Chayshim, jüdischer Gelehrter Samuel Palache, Kaufmann, Diplomat, Spion, Doppelagent, Pirat und angeblicher Mitbegründer der ersten jüdischen Gemeinde Amsterdams Jakob Schagisch, jüdischer Gelehrter, Rabbiner und Talmudist Mohammed El-Mukri, Großwesir in Marokko Mohammed VI, Ibn Arafa, Sultan von Marokko Ahmed Banini, Premierminister von Marokko Moulay El-Hassan Ben El-Midi, Kalif von Marokko Mohammed Karim Lamrani, Premierminister von Marokko Mohammed As-Isla-Baby, Philosoph und Schriftsteller Abdel Hadi Butal-Eb, Diplomat und Politiker Jakob Ben-Yesri, israelischer Politiker Abdel Hadi Fil-Ali, Politiker und Diplomat Ive Lacoste, französischer Geograf Acedine Larraki, Premierminister von Marokko Turia Cheoui, erste arabische Frau, die einen Pilotenschein erwarb Fatima Mernesi, Schriftstellerin und Soziologin Benjamin Sussan, deutscher Rabbiner Taha Ben-Yeloun, Schriftsteller und Psychotherapeut Gon-Kor-Preisträger Eli Al-Aluf, israelischer Politiker David Magen, israelischer Politiker Envi Ben-Simhon, israelischer Maler Frank Langgolf, französischer Musiker V. Utsis Kali, Anthropologe und Schriftsteller Begründer des Festivals des Musiques Secrets du Monde Chakib Ben-Moussa, Innenminister von Marokko Eva Ilauz, israelische Soziologin Rachida Sutsi, Fußballspieler und Manager Tarek Sektschi, Fußballspieler Prinzessin Lala Selma, Ehefrau des marokkanischen Königs Mohamed V. I. Asmei Legzaui, Langstreckenläuferin Medi Benani, Autorennfahrer Anas Zedniti, Fußballtorhüter Adel Tarabt, Fußballspieler Klimatabelle Ja, es ist eine Imih Glock der